Das ist nütz, sicher nix. Kannst du an den Helm kommen? Na, hab ich nicht. Komm komisch, dass die sich gar nicht schießen können. Und ist am Dach. Welches? Oh ja. Ne, der kommt grad hoch. Welches ist das? Der ist wieder auf den O getroffen. Aber der ist gut. Ich seh ich nicht. Auf dem ersten also. Hast du denn durch, du? Hier machen wir mal durch. Ja, ich hab auch. Schreibt einem her. Habe noch getroffen? Ja. Ich glaub der ist noch Wunder. Ja. Ja. Was? Hast du zwei? Der hat eine Nate, explodiert. Komm der Falsch umspringen. Wo? Ja. Ah, ich seh ihn, okay. Wunder eigentlich. Wieder der BMFD-Typ. Wunder, wo seid ihr? Ich bin... Auf der anderen Seite vom Erf wie du ist. Also da wo der Trader ist. Ich bin noch östlich. In einem. Wo einem. Du, Schöten, wie cool. Du, Schöten, wie cool. Meint er mich? Du landest ja fast drauf, ey. Da landet er drauf, ach fast ist er drauf gelandet auf den Tementblöcken da Da ist er jetzt am Bach mit der Antennen, oder? Nein Jetzt kommt er hoch Da ist er am Dach drauf Sieht's hier? Ja Greffer Sag mal, das kann man nicht erscheinen Der Schuhkreis Den bei der Antennen habe Ja Okay, soll einer von uns beiden mal rein? Ja komm, ich geh rein Und was ist er? Ich, oder was du? Der zweite, glaube ich war auch im gleichen Gebäude Ich fahr mal hin Okay Die Baracken hinten sind abgesprungen Abgesprungen Abgesprungen? Ja, mit dem falschen Schon Dann zu zweit Nein DannHSCHHR Ich sehe eines hängen Ach, da ist der in der Barracke drin Tschüüüüüie Den Schossen Okay, der ist hinter die Barracke gerannt D.D. Ich habe ihn auf jeden Fall ge-Hitted. Ich habe ihn hier ge-Hitted. Ich habe ihn hier ge-Hitted. Okay, ich habe ihn ge-Hitted. Ja. Ich habe ihn ge-Hitted. Ich glaube, er hat sich gerade geheilt. Ja, er rennt da immer noch. Mit ein bisschen Hanf. Er ist von dir erst gesehen, links vom Rauch. Oh, da ist gerade eine Frau in die Baracke reingegangen, die erste. Bitte. Ich bin mir nicht da. Ich verstecke ihn wieder auf. Aber sie schießen eigentlich gar nicht zusammen, oder? Oder ohne mit dem Chili, der gerade in die Baracke drin hat. Ich weiß nicht. Ich bin hier. Ich kann nicht sagen, wo sie sind. Röschensprinke. Ich bin aber ansteigend. Ich bin auf dem Dach abgesprungen. Mit den Antennen. Aber das ist abgestürzt. Ja. Dahinter rennt einer. Da ist gerade einer unten reingegangen. Verdammt. Sieht aus wie ein Admin. Ja. Also da mit den Satelliten oben drauf. Da ist unten einer rein. Ja, der ist wieder aus und ist ins andere drüber. Ah ja. Ich bin bewusstlos. Meine Beine sind gebrochen irgendwo. Und das ist scheiß Scheu, ne? Die sind runtergefallen. Nein, eigentlich süß. Sag mal, da waren gerade noch zwei, zwei alt Leute. Wo sind die hin? Da ist hier ein. Der Giliman. Da vorne läuft die beiden Baracken rum. Zwei beiden Baracken. Bei der östlichen Seite von der Baracken klappt das sogar zwei sind. Das andere ist die drei wieder runter. Ja. Okay. Police Station. Ich muss mich schon auslachen. Schöner nütz. Ich bin dabei. Mit den Antennen. Mit den Schüsseln oben. Ich kann gerade da nicht hingucken. Ich habe in der Police Station jemand. Ja, passt schon. Der größte Scheiße Leiche nur. Nur vielleicht. Fuck. Ah so. Hast du? Äh, hey jott. Guck mal, Polizei Ausgang. Da müsste jetzt vielleicht jemand raus kommen. Ich bin in den Zementblock, also ganz, also Richtung, ja nicht Haupteingang sondern hinten raus Das eine Kaffee ist unten in dem Raum drin, oder was? Schießt sie? Sie schießen auf sich Du bist mit dem Fahrrad? Wann ist es bei den Baracken noch? Okay, kommt gerade ein Fahrrad angefahren Bei den Baracken läuft eine Frau rum Die Frau läuft ab Wo ist der James? Okay, am Eingang von Erfield ist jemand rein Ja, ich bin jetzt der James Moment, der Blut verschoben mich jetzt auf Ja, dann hab ich getroffen Oh shit, der Zombie direkt in meinem Arsch Kommt auf Ich hab mir ein Nate hochgeschmissen Wo du, wo bist du? Bist du da bei der Baracken? Nee, hinter dem Betongebäude, wo du mich zum haupt hast, kannst du das andere Richtung Du kannst vielleicht auch, ich geh zum Looten Da ist ja keiner gerade oben Ah, den hab ich aber geschossen Auf dem hast du mit dir in den Tänemis mit Von dem Bromling Und ohne eurem Kleberacken rum Du wirst jetzt gerade ein Waffenzeug Ich geh mal hoch Ich hab das Zeug gesaved in meinem Base Und komm jetzt wieder Jetzt hoch Da ist mir noch ein Falschen Was ist mit dem Sprenger? Komm wieder runter Was ist mit der Fallstation? wir müssen jetzt dritter drin umrande kommen ja die zwei haben sich beschossen da drin ja ich fülle Polly bei die Baracken runter du schießt? ne ja aber die Jungs haben ja auch noch ich weiß ich schieße immer noch alle an keiner stirbt scheiß Steinberg scheiß ja es soll kein Panzer ah man ist hinter die hinten die hinter der westlichsten Baracke steckt das egal da werden sie wahrscheinlich wieder grün rauchen du bist am Dach drum mhm steckst du dahi? aber die auch gleich du läufst jetzt wieder vor ja das ist bei der Fake Baracke oder was das war äh läuft äh läuft du bist auf dem Dach holst du gell? ja ja der war fast bei dir gell? ja ich hab glaub der hat mich gesehen ganz zu zweit da drin ja sind die zurück in die Fake Baracke ja ja kleine umgeschossen ich bin jetzt im Anflug auf Seerfield ich bin jetzt im Anflug auf Seerfield ich hab ne Tom wieder schlummern ja tschüss ich bin jetzt nicht geschehen ey ein halt und Ah, ich hab mich gewischt. Da ist aber nur einer drinnen, in der der Fickberke. Und wo? Jetzt bin ich mit dem Heli. Ah, ich hab mich gewischt, Zweifel. Bist jetzt überhaupt nur einer da? Ah, in der Fickberke ist keine mehr, da sind drinnen. Ja, aber ich hab ja auch keine Waffenbogen. In der Polizeistation müssen wir drinnen sein. Oder zwei. Kämst du bis genau bei mir? Ja, hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ach, das ist ja nicht möglich. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. er kommt von da wo ich die karre geparkt habe in der scheune von dem städtchen bist du dann am dachtraum wenn ich bin wundern bleibst du gerade von hinten in die die offene garage genau jetzt viel schiefen Erzüglich bin ich zweisch. Kann man jetzt jetzt jagen gehen? Urscharf. Ich hab's hinbekommen. Wie ist denn? Ich hab's hinbekommen. Ah, ich sehe das. Wie siehst du, äh, siehst du wie auf der Kurve? Wir sind zu zweit, da sind's. Komm jetzt außer. Laufen Richtung Baracken. Ich hab grad in die andere Richtung geguckt. Ah, ich sehe sie. Laufen durch die Baracken durch. Ah, ich sehe sie. Also ein Geely. Dann bei der Fake Baracken. Ja. Ohne zumindest. Ohne ist drin, der wird. Ah so. Zudem, die sind sobald brechen. Ohne wie könnte. Ohne wiege sind. Ohne wiege. Ah, ich sehe. Ich hab' scharf' ihn geschossen. Ich auch, ich muss jetzt in die Bracke rein. Wirst du da vom Dach immer Quatschuss fällt? Doch, ich soll wieder hochgehen. Ja, genau. Läuft wieder raus. Ist glaube ich zur Fake Bracke hin. Ja, Fake Bracke. Raus. Gegenüber in der Bracke, hinter der Bracke. Bein. Gehen Sie doch zum Dach. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Schießt er auf mich. Von wo? Bei den Baracken. Ah, Drexel. Letzte Baracke hinten zwischen Mauer und Baracke. Wo können Sie drückschießen? Sonst haben wir Probleme. Ich habe kein Sichtfeld. Ich komme. Ich komme dir helfen. Der schießt halt so schlecht. Der trifft mir trotzdem. Jetzt hat er mich. Der Drecksack. Der trifft auch mich. Okay. Udo, wo bist du? Ich sehe die... Ich bin auf dem Dach. Obendrauf, aber... Du schießt da hinten der Fake Bracke, oder? Richtig. Ja. In der letzten Fake Bracke in deine Richtung. Dahinten startet was oben. Auf dem Berg. Nein, nein, nein. Das ist mein Little Girl. Danke. Jetzt ist schon die Fake Bracke rein. Ich habe fast schießen sie. Jetzt habe ich einen Zombie. Bist du mit einem Gilly vor der Baracke? Nein. Nein, nein. Die sind beide rein. Genau. Jetzt habe ich einen Zombie. Bist du mit einem Gilly vor der Baracke? Nein. Die sind beide rein, ja. Die sind beide rein, ja. Die sind beide rein. Eine kommt raus. Und wenn sie dabei sind. Grüner Rauch. Das kriegst du mit den Zombies zu tun. Cool. Jetzt wollen wir die Zombies ein bisschen abschießen, damit sie nicht so gut sind. Na, na. Na. Regle das schon mit den Zombies. Ich überleg gerade auf den kleinen Turm zu gehen am Eingang. Dann... Ich bin aber nur zwei Kilometer weg, dass du eigentlich siehst. Okay. Ja, dann warte ich noch ein bisschen hier, bis du da bist. Jetzt habe ich einen Tarnanzug. Okay. So, so. Ich sollte dich auf ihn. Mhm. Eine kommt, na ja, eine ist rechts am Eingang. Okay. Okay, ich habe nicht noch nichts mehr. Okay. Einer rennt raus. Na ja. Noch drin. Ah, ich... Nee, ist die Zombie. Nicht aber. Zweiter kommt raus, geht rechts weg. Ja, weg. Ich nehme die Rack rein. Du warst ja auf dem Dach rum. Ja, und der Typ, der Tempo als erster ausgeräumt ist wegen Gilly, der hat mich erwischt. Ja, der ist glaube ich Richtung Haus. Okay, einer ist wieder in das Zement-Ding rein, mit dem Satellit. Ja, der wird mich looten wollen. Hast du ihn oben drauf? Ich seh ihn oben drauf, ja. Ich mach mir Gedanken, dass gleich einer von hinten kommt bei ihm. Ja, hab ihn gesehen. Ich fang gerade mit dem Radl vorbei. Mhm. Jetzt seh ich ihn oben. Jetzt seh ich ihn oben. So. Welche spongen am besten? Gucken, gell? Ah, der zweite ist aus der Pack raus. Okay. Du bist fast wieder da. Ja, du bist da. Ja, ich bin da. Das ist meine Leiche wohl. Ah, weiter. Ah, da oben. Ah, ich geb dir decken. Come on, nicht dauernd dreimal getroffen. Ist auch in das Zement-Gebäude rein beim Satellit. Okay. Drei Treffer, ey. Scheiß Stammack. Oh, jemand ist die Treppe runter oder kommt hoch? Ja. Zombie. Das sind Zombies. Wer ist da gerade reingekommen ins Areal? Ich nicht. Ja, ich nicht. Wenn man wieder dabei war. Ich bin noch in der Luft. Kann man da reinkommen. Okay, der blutet da oben. Ach, mit die Schüsse oder was? Mhm. Ja, der andere. Äh, Polizei ist auch jemand. Falschiff. Du bist der Falschiff-Springende. Ich bin Falschiff. Oh, jetzt sehe ich movement oben. Polizei ist ein. Polizei drehen unter den Stock. Eine geht ins Haus rein. Okay. Die verschirren sich jetzt. Okay. Polizei geht Richtung Barack. Jetzt bin ich in der Fake-Barack jetzt rein. Ja. Okay, okay. Okay, dann sehen wir noch einen mit dem Polizei. Ich habe den oben gekillt. Okay, nice. Im Gehli. Also es sind nur noch die Tussi da und Polizei würde ich sagen... Ist hier oben auf dem Dach oben? Ja, die Tussi ist noch im... Ich glaube, Polizei kommt jetzt raus. Du lässt bei der Fake-Baracken? Ja, nicht zu normalen Baracken. Und jetzt... Atme. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Alles gut. Nur, kurze Sekunde erschreckt. Aber ich habe dein freundliches Gesicht so oft wiedererkannt. Ah. Du bist jetzt. Du bist jetzt. Du bist jetzt noch ein Baracket, oder? Du bist jetzt noch ein Stil. Ich kann nicht mit der Ecke. Okay. Denk doch, die Tussi ist auch noch da Wo ist die? Im Blettunggebäude, oder? Ich hab das letzte Mal gesehen, ein Blettunggebäude Aber ich bin jetzt gerade auf die Polizeistation fixiert, weil da haben wir uns gerade gegenseitig beschossen Weil da einiges Die Polizeistation ist auch einer drin, ja Mein Lauf wird auch hier Das bist du dann, oder? Das bin ich und Udo Ja Ist der oben drin? Hast den du gesehen, Steve? Da war gerade eben noch oben drin, ja Treppe hoch im Gang Letztes Mal, als ich ihn gesehen habe Ich schieße einfach drauf, wenn du sagst du bist Ah, ich sehe die Polizei Oder bist du das in der Polizei? Ich bin in der Polizei jetzt Ok Unten drin Ich habe nur noch ein paar Schatten drauf gefeiert Und distract mich Ok, da Lootet einer Ist der im Zimmer drin? Vielleicht habe ich noch getötet Ich habe nämlich jetzt 5 Kills Falschen springen direkt über die Polizei momentan Ok, Polizei ist eh Ok, ich glaube ich habe ihn gekillt Ok, ich verschwinde mal von hier Ok, ich muss auch Position wechseln, weil Das ist ja zu bekannt Damit bin ich nicht Ja Und schreit Und es ist ja zuerst Direkt am, wenn du zu dem Eingang von der Straße, also von dem Gelände, ums Reingehst, gleich direkt da, haupte. Ich hab aufwacht und bin eigentlich gleich wieder zur Seite, aber irgendwie hab ich nicht vorbeischt. Ich bin von vorne und hinten rein. Oh, wir rennt haben hier vorbei. Ich, ich, ich. Granat, wo ist was? Ja, obendrauf, oder was? Ja, obendrauf, oder was? Der war drüben, der war nicht oben drauf. Aber in der ersten hast du gesagt. Ah, da liegt der Leiche aus in der Box. Ich mach auf. Nein, er hat mich! Ah, fuck! Mach auf. Ah, ist von hinten mit der PDW gekommen. Ja, da steht's. Wo? An der Treppe um. Unten? Oben an der Treppe. Okay, geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal ganz weit weg. Ich versuch ne Nade. Ich glaube, ich bin bewusst, wo ist das gut, ich hab mir erwischt beim Ausstrecken. Er ist unten wo ein Tür vielleicht. Da hinten, da hinten rum. Wo? Ja, er looted. Er ist tot. Er war echt gut. James, ist der bei dir um den Fang, oder war der der erwischt? Ja, ich hab weiter nach Westen verschoben. Ja, fetzige Nade, oder? Der war echt gut. Da hat den nicht damit gerechnet. Wie sind die Sachen? Die MK12, oder was? Nee, der in... Dein Cinderblocks. Und ein Scheißberg liegt hier. Äh, looten wir den Scheiß und dann... ...verbissen uns erst mal wieder, oder? Ach, warum? Weil wir sind uns da und präsentiert, oder? Wie lange genug hier? Jetzt war ich tot! Ich seh den wo... ...der wo ein James erschossen hat. Okay. Ähm... Location? Ist hier nur ein Zombie? Äh, südlich direkt. Er läuft den Hang runter. Er wirkt gleich zur Leiche. Schätze, ich werde versorgen, dass er looted. Scheiße. Holt euch den noch, weil der hat wahrscheinlich immer den Schlüssel vom Messing. Jetzt liegt der da. Sechs und... Nee, ich seh ihn nicht. Ungeschossen. Der ist bei mir. Nein, er ist nicht. Was schießt denn da? Kannst du ein bisschen beschreiben, wo der liegt? Direkt südlich. Da liegt meine alte Leiche. Der rollt da eigentlich rum. Ich muss das eigentlich schon sehen. Äh, jetzt hab ich ihn. Ich hab ihn. Nice. Er geht schnell zu dem hin, schaut ob er einen Schlüssel hat. Ich lande gleich bei meiner Leiche und dann... Was ist denn runtergehen sehen? Ja. Er ist im ersten Stock. Zumindest ist er im ersten Stock. Er ist wieder runter. Haben ihn nicht gesehen. Hab ich auch nicht gesehen, er ist ans wahrscheinlich zu zweit. Udo, wo bist denn du? Ich bin jetzt in deraschen. Jetzt ist uns, nein, es war ein Zombie. Aber dein Zeug hast geholt. Ja. Ja, der ist aber nach oben, der Zombie ist da. Ja. Jetzt, jetzt. Ja, ja, ja. Ich hab geschossen. Getroffen. Ich glaube, wir haben. Nicht getroffen. Doch, da steht er. Nein, das ist wieder ein Zombie. Nein, nein, das ist ein Zombie. Wir haben sie erwischt. Weil ich einen Bannicle gekriegt habe. Das wurde explodiert. Oh, nein. Keine Ahnung, stehen Ihnen auf Niel. Die Leiche draußen hat eine M. Irgendwas. RCO. Okay. Direkt vorm Eingang von der Satellitenteile. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da in dem Haus mit den Antennen trotzdem noch in dem ersten Stock ist. Wer ist da vorm Haus? Es drückt sich gerade. Ich? Ich? Kommst du da angerannt? Ja, ich bin. Ich bin. Okay. Warte, ich hab dir die Dings hier angewiesen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Schauen wir mal die Italiener an, oder wie? Hast du Waffe? Wenn eine übrig was. Ich hätte auch noch eine Waffe, glaube ich. Na ja, haben wir das. Passt. Da kommt Fallschirmspring runter. Da sind sich fast. Ja, das ist wirklich für 5 bis 6 km. Ja. Ich bin dieser Wunsch. Na ja, der zieht zu, er fehlt dann. Ja. Kannst du den töten im Flug? Ne, machs nicht. Ne, ne, machs nicht. Ne, oder was? Ne, ne, machs nicht. Du stirbst. Ich stirbe nicht im Raum. Du stirbst, du stirbst 100%, ich glaub's mir. Das ist ein Trick, den ich schon gemacht hab. Ich kann's unterhalten. Wo seid ihr denn, Jungs? Ah, das ist schon kompressiv. Oh. Weißt du, wie du aussiehst? Du liegst bei mir, unter dem Fahrrad. Ja, ja. Das Fahrrad fährt auf dir. Ah, war bewusstlos, ja. Pass auf, hier kannst du das Fahrrad nicht auseinanderbauen, wenn du hier reinfällst. Okay, dann fahr ich wieder was. Hey, gib mal rüber das Ding. Oho. Nicht alles alleine, kiff die Ruhe. Ja, sie ist doch viel zu stark für mich. Du hast wieder was geraubt, oder? Ja. Wir legen eine Duftspur durch den Apfel. Wir legen so ein blaues Mussel und dann ein nach dem anderen zurückziehen. Ja. Ah, Partywurst. Fahren wir von Safe Zone zu Safe Zone und verteilen Gras und Bier und machen Party. Mhm.